Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin es, eure Claudi von Solart und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute Lust, etwas Leichtes mit euch zu machen, deswegen habe ich mir ganz schöne zarte Farben ausgesucht und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei! Meine Lieben, ihr könnt sehen, ich habe hier eine große Leinwand vor mir, meine beträgt 50 x 70 cm und ich dachte mir, ich möchte heute touchpuren mit euch, mit ganz schönen zarten Farben, die habe ich hier schon vorbereitet. Bevor wir allerdings damit starten, kümmern wir uns um unsere Basis und um unseren Hintergrund und diesen möchte ich heute ein bisschen ausgefeilender machen. Ich möchte nicht ein Farbe gehalten, sondern tatsächlich drei Farbe. Ich habe ein Titaniumweiß, ein Grau und ein Puderrosa vorbereitet und nun muss ich mir überlegen, wie ich meine Farbe für den Hintergrund anreihen möchte. Ich dachte mir, es wäre ganz schön, in der Mitte ein Dreieck freizulassen. Ich starte einfach einmal mit meinem Puderrosa. Dieser Ton sieht in der Flasche viel pinker aus, als er ist. Es ist Light Rose von Amsterdam mit ganz viel Titaniumweiß gemischt. Ihr werdet gleich sehen, es ist ein ganz zarter Rosaton. Diesen Teil werden wir später mit unserem Puderrosa ausmalen. Nun greife ich zu meinem Titaniumweiß, mache das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite, ungefähr ein Dreieck. Ja, wir können nun beginnen, unseren Hintergrund mit Farbe zu bedecken. Ich mache das jetzt einmal ganz großflächig auf meiner Puderrosa Seite und das gleiche auf meiner Titaniumweiß Seite. Ihr könnt nun gut erkennen, dass ich hier in der Mitte ein freies Dreieck habe. Dieses möchte ich mit grauer Farbe ausfüllen und auch hier, meine Lieben, das ist kein bestimmter Farbton. Ich habe Titaniumweiß und Oxidschwarz miteinander gemischt. Im Verhältnis 80 zu 30. 80 Prozent Titaniumweiß, 30 Prozent Oxidschwarz und dadurch bekommt ihr diesen schönen, kräftigen Grauton. Sehr gut. Okay, wir werden höchstwahrscheinlich noch ein bisschen Farbe brauchen. Allerdings schnappe ich mir jetzt einen Silikonspatel und werde das alles jetzt hier mal schön verteilen. Später werde ich das Ganze noch mit meinem Föhn ausblasen, aber dass ich erstmal eine grobe Form habe, an der ich mich später orientieren kann. Das ist echt ein schöner Farbton geworden. Der ist ganz leicht. Und ich finde, Rosa und Grau geht auch super gut zusammen. Das ist echt eine schöne Kombination. Ich mache meinen Silikonspatel sauber und verteile auch auf der rechten Seite meine weiße Basisfarbe. Also Titaniumweiß werden wir nicht mehr nachtragen müssen. Die lässt sich auch super schön verstreichen. Meine Farben sind heute im Verhältnis 1 zu 1 zu 1 gemischt. Ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Floatroll und ein Teil Wasser, meine Lieben. So weit, so gut. Nun fehlt uns natürlich noch unsere goldene Mitte. Unsere graue Mitte ist es eigentlich, nicht die goldene. Auch diese werde ich erstmal großflächig verteilen. Es ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich nicht die perfekte Dreiecksform halte. Wir werden später unsere Blumen, unsere Dutch Spur so positionieren, dass man nichts mehr von den Rindern hier sieht. Okay, ich würde sagen, das sieht ja schon erst einmal sehr vielversprechend aus. Bevor ich nun meine Puring-Farben auftrage, gehe ich einmal mit dem Brenner über das gesamte Bild, um etwaige Luftbläschen aufzulösen. Das geht auch ganz flott. Einmal grob mit dem Brenner drauf und schon verschwinden diese. Wunderbar. Okay Leute, für die Startspur habe ich mir die Farben Gold, Kaminrot, Sonnengelb und Violettrot von Amsterdam zurechtgelegt. Nun muss ich mir überlegen, wie ich meine Blüten anreihen möchte und ich glaube, es wäre wirklich ganz schön, unser in der Mitte geschaffenes Dreieck auszunutzen. Ich verlasse mich mal auf mein Gefühl. Also ich starte mit Kaminrot, ziehe mir nun einen Streifen entlang der rosarotten Farbe. Ja, und das gleiche mache ich auch auf der gegenüberliegenden Seite, zwischen dem Grau und zwischen dem Titaniumweiß. Die nächste Farbe, die ich verwenden möchte, ist Violettrot. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wer schon länger meine Videos schaut, der weiß, ich liebe diese Farbe. Das ist einfach so ein schöner Ton, zu dem ich immer und immer wieder greife. Aber so hat jeder seine Favoriten, oder? Okay, ich möchte noch ein ganz kleines bisschen Sonnengelb einarbeiten, in der Hoffnung, dass durch das Kaminrot und das Sonnengelb wir einen leichten, orangenen Touch bekommen. Das wäre auch ganz schön. Und auch auf dieser Seite. Was natürlich, meine Lieben, nicht fehlen darf, ist ein bisschen 24k Gold. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Bild ohne Gold-Akzente gemalt habe. Ich liebe das einfach. Wie ist das bei euch? Steht ihr eher auf Gold, oder steht ihr mehr auf Silber? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Okay, für ein paar leichte Highlights möchte ich noch einmal mit meinem Violett-Rot ganz kleine, feine Linien ziehen. Ihr seht, ich nehme hier nicht mehr viel Farbe. Allerdings wünsche ich mir noch ein paar Schatten. Schatten könnt ihr immer wunderbar kreieren, wenn ihr eine hellere und eine dunklere Farbe, in Wellenlinien, so wie ich es hier mache, auftragt. Allerdings braucht ihr hier wirklich nicht viel Farbe. Ihr könnt da wirklich eurer Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen. Ich finde das sehr schön. Allerdings möchte ich nicht, dass wir nur orangene Farbe kriegen. So, okay, ein paar kleine Gold-Akzente noch. Dann bin ich wirklich fertig. So. Na, ihr könnt sehen, ich trage es auch wirklich nur so tropfenweise auf. Selbstverständlich ist es auch keine Voraussetzung, eure Farben in so Flaschen abzufüllen, wie ich es heute habe. Allerdings muss ich sagen, ich mag das für Statsch pur wirklich ganz gerne. So habe ich auch nie Leftovers, die übrig bleiben. Finde ich einfach super praktisch. Okay, ihr Lieben, ihr wisst, was jetzt passiert. Wir brauchen unseren Haartrockner. Ich habe meinen hier. Ich werde nun versuchen, unsere eben geschichteten Farben schön auseinander zu blasen und hoffentlich schöne Blütenblätter zu kreieren. Drückt mir die Daumen. Und dann alles upon sich dabei orbiten. Und dann geht es um! Also! Etwas. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr wisst, was ich meine. Ich mache das immer super gerne mit Fingerprint, dass ich die einzelnen Blütenblätter noch ein bisschen nachziehe. Auch das werde ich jetzt hier machen. Ich beginne auf der rechten Seite. Es braucht gar nicht so viel Detailarbeit, finde ich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.